Herzlich willkommen zurück zu den fragwürdigsten Geschichten auf Wattpad. Ich war, wie sollte es auch anders sein, mal wieder auf Wattpad unterwegs und bin wieder über wirklich wunderbare Geschichten gestolpert. Und damit ihr die heutige Geschichte nicht selber lesen müsst, habe ich das natürlich gerne wieder für euch übernommen. Dank mich später. Der Titel der heutigen Geschichte, Normal Life, einmal gelesen. Der Klappentext. Die Story ist anders, hier kommen König und Königin vor, punkt punkt he he. Kleiner als, größer als, Vorstellung, kleiner als, größer als. Ich bin Skylar Williams, die Zweite. Ich habe einen Bruder Louis, er ist älter als ich, aber nur ein Jahr. Und wir wohnen in einem Schloss, ja richtig gehört, in einem Schloss. Meine Mom ist eine Königin und mein Vater ein König. Das heißt, dass ich eine Prinzessin bin und Louis ein Prinz. Meine Mom heißt Isabel und mein Dad heißt Jonathan. Oder Jonathan, je nachdem, wo wir sind. Unser Schloss. Klammer auf, hab gerade kein besseres gefunden. Lachsmiley, Klammer zu. Und meine Familie hatte noch mehr Schlosse und dann noch ein ganzes Dorf mit netten Einwohnern, punkt punkt. Und von ihnen so ungefähr. Im Kapitel 1 zeige ich mein Zimmer und ich sage euch, ich werde nicht eine normale Prinzessin sein, hehehe, punkt punkt. Ich habe schwarze, glänzende, lockige, lange Haare, habe Grübchen, Sommersprossen, schwarze Augen und lange Wimpern und ich bin klein, 1,60 ungefähr. Ka, warum ich es erzähle, Herzchen. Und ja, das ist mein Bruder, ein Frauenschwarm. Alle Mädchen im Dorf oder die anderen Prinzessinnen, die zu feiern kommen, wollen immer was von ihm, aber er nicht. Er ist lustig und cool, er macht jeder Scheiße mit und ist so, wie ich ich finde, ist, ist der beste Bruder. Er steht nämlich immer hinter mir. Er hat hellbraune, leicht gewählte Haare, ein Grüppchen, ist ziemlich gut gebaut und ist auch ziemlich groß. Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer... Kapitel 1 Ich lag gemütlich auf mein Bett und schlief. Es war 15.30, japp. Und ich schlief noch, war die letzte noch sehr lange wach wegen Netflix, TikTok und so halt. Mein Zimmer war riesig, ich hatte ein großes Fenster vor meinem großen Bett. Mein Bett war voller Kissen und Decken. Ich hatte noch ein Badezimmer in mein Zimmer, einen großen Spiegelsitzkissen, halt einen typischen Prinzessinnenzimmer. Wie gesagt, schlief ich und lag auf meinem Bett, bis ich auf einmal spürte, wie ein eiskaltes Glas Wasser über mich geschüttelt wurde. Sofort sprang ich aus dem Bett. Verdammt, Louis, sagte ich wütend und müde zugleich. Nein, Schwesterchen, ein Kleid brauchst du heute, sagte Louis. Chill doch, es ist doch erst später, meinte ich. Wir haben 15.30 Uhr, die Feier geht um 20 Uhr los, sagte er. Ja, deswegen, wir haben noch sehr viel Zeit, sagte ich mit so einem WTF-Blick. Oh, stimmt, aber Mom hat gesagt, du sollst das Kleid tragen jetzt, sagte er und hielt mir einen schönen Kleid vorm Gesicht. Der ist echt schön, aber so viele Stunden damit rumlaufen, egal, geh raus, ich möchte mich umziehen, sagte ich. Er nickte und ging aus meinem Zimmer. Ich ging zu meinem Badezimmer und habe geduscht. Ich habe einen großen Badezimmer. Für mich alleine, nachdem ich fertig war, ging ich zum Schminkt-Tisch, machte mir Wimperntusche drauf, Lipgloss, Eyeliner und ein bisschen... Highlighter. Ich habe keine Läschers gebraucht, da ich von Natur aus lange Wimpern hatte. Ich machte meine langen, glänzenden, schwarzen Lockenhaare, Klammer auf, die Haare wie Finn, nur länger und glänzender, YK, Klammer zu. Anmerkung des Vorlesers. Ich habe keine Ahnung, wer Finn ist. Ich habe dann mein Kleid angezogen, es war hellblau und ich musste dazu noch eine Krone tragen und Highheels, aber die Krone trage ich in den Ball. Es war mittlerweile 16 Uhr, ich ging zur Tür und machte die große Tür auf und dann ging ich die vielen Treppen runter und wurde von unseren Hausfrauen begrüßt und ich habe sie zurückgegrüßt. Dann bin ich endlich Andre-Ess-Tisch angekommen, wo meine Eltern gesessen haben. Anmerkung des Vorlesers. Die zweite. André, tut mir echt leid bei so einem Nachnamen. Wieso? Dann habe ich mich doch für ein schwarzes Kleid entschieden, da ist eine elegante Party war. Ich habe gemerkt, dass mein Ei leider total verwischt war, deswegen habe ich mein Make-up nochmal gemacht, habe mir schwarze Schuhe angezogen, mein schwarzes Kleid und habe meine Krone drauf gemacht. Ich stellte mich dann vor meinen großen Spiegel. Damn, I look sexy, baby, sagte ich lachend zu mir selber und ging dann los. Vielen Dank für eure Leidensbereitschaft, bis dahin und nicht vergessen, LGME. Und jetzt kommt noch der Outtake. Da ist eine elegante Party war. Ich habe gemerkt, dass mein Ei leider total verwischt war. Das ist... Achso, der Ei leider. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott.